Ich weiß nicht, warum F9 gerade nicht funktionierte. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Angel of Darkness. Tomb Raider The Angel of Darkness. Mein Name ist Jones, das ist nur Spieltipps und das ist Amesia. Und nicht Tomb Raider The Angel of Darkness, wie komme ich darauf? Ja, vielleicht selber, muss ich aber keine Ahnung. So, wir haben diesen Raum durchsucht und jetzt geht's weiter, woher kommen wir? Ich nehme einfach von da an, wenn da ein großer Eingang steht und hier. Gewaltige Summys, ich spiele das, wie ihr übrigens wartet. Denn ihr habt mit ihr ein bisschen mehr Eindruck gehabt, wie spät es ist. Licht ist besser. Hallo? Oh ja, kann mich gar nicht hören. Ähm, die bringt mir aber nicht viel, oder? Bring mir nicht nicht viel. Alter, das ist geil! Oh! Das sah aus, als würde er ein Wolf sein. Ah ja. Kataloge, interessant. Ach ja, macht die Tür auf. Das hätte ich gerade selbst geschossen. Toll. Kann ich jede Schublade? Ach so. Bevor die Dinge noch rauskommen. Ich glaube, ich soll jetzt die Schublade rausnehmen. Ich fühle mich, dass meine Schublade rauskriegen würde, wenn ich fliege. Ich fühle mich, dass meine Schublade rauskriegen würde, wenn ich fliege. Also die Schublade rauskriegen würde, wenn ich nicht mehr, die Läge nicht fahren würde. Ich bin Mäste rauskriegen würde, wenn ich rein quella, die die Schublade rauskriege durchgefahren bin. Das ist so, wie denn dein Schublade rauskriegen würde. Das ist wohl. Und zwar das ist so, wie das dann, was ich mit der Schublade rauskriegen für dich herauskriegen würde? Das ist so. Ein Schublade rauskriegen würde. Die Verwschung der Fall kamen in eine große Antichamber. Die Wälder waren mit Statuen nicht mehr als ich noch nie gesehen habe. Despite der unearthliche Qualität, ich fühle mich eine strange familiarity zwischen ihnen, ... was mich trotzdem schraubt. Am tiefsten Ende des Kampfs war ein großer Schlag von Stein, die ausgeliefert wurde, was immer vorliegt. Ich habe die Ordnung, ihn zu eröffnen. Und als ich durch das schraubige Raum fußte, hat die schweren Stein plötzlich geschlossene, die mich innen veröffentlicht. Ich war verabschiedet. Okay. Nein. Wo ist das Ding? Ich meine, wahrscheinlich ist das der zweite Notizplatz. Wo ist denn das jetzt? Nehme ich den Stuhl. Zweiter Notizplatz von drei. Ich tue auch noch. Ich frage mich, wann es überhaupt dunkel wird hier. Hä, warum frage ich mich das? Ich hoffe es natürlich nicht. Und mit diesem Stuhl werde ich jetzt die Tür aufmachen. Ich werde damit die Tür aufmachen. Ging ja nach hinten los. Ne, ich versperre mir nicht. Ich lasse den Stuhl einfach mal hier. Vielleicht wird er mir doch nützlich. Dunkler, grausamer Gang. Ah! Habe ich den Kopf schmissen? Das bin ich ja schon immer. Was war das? Nun sieht es an mich. Vermutlich ohne war das. Nie wieder irgendwas. Ohne mir... Oh. Soll ich gehen. Sag mal, man sollte hier abhauen. Eher als ich still... hin... laufen... hin... Ich drehe mich nicht um. Ich hab so verdammt Angst. Naja, mein Zimmer ist ja ab. Ich muss in den Baden. Vielleicht sollte ich die offen lassen, irgendwie so speziell. Also in diesem Gang muss Licht rein. Das akzeptiere ich. Und hier? Man schadet ja nie. Das neu geschadet... Äh... Man sagt ja immer, neu geschadet nie. Irgendwie nutzen diese Lichter nichts. Ich sag nie wieder was. Hä? Entweder bin ich blöd oder es wird immer heller und nuker. Verdammt, wie ist es da hingekommen? Achja, solange es mir noch gut geht, solange ist ja alles in Ordnung. Äh... 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 So leid, dass es mir auch tut. Ich sehe hier keine Rätselslösung. Doch! Natürlich! Der Sand ist immer abgefahren und dadurch wackelt er das Buch. Das übrigens heißt... Keine Ahnung. Bleib stehen. Ich wüsste jetzt. Was ist... Ähm... Vikingness? Shift, ne? Nee. ZDR. C... F... G... E... Äh... Äh... Achso, ja. Okay, das war's. Ähm... Müsste einfach die Physik einfach mal umdrehen. Und das genau so... In der Demo bin ich übrigens wegen... ...Kopfschmerzen gestorben. Äh... Einmal. Um ich so wenig Licht hatte. Deswegen bin ich vorsichtig mit Licht. Demo bleibt da drin. Drinbleiben. Was ist das überhaupt von Haupt? Alte Bände. So. Hä? Achso, das ist die ganz am Anfang. Ich hab mich schon mal... Was? Äh... Tagebücher... Okay. Daniel, das Tagebuch. Fällt nur eins. Und Mimos. Aha. Was ist das das? Licht! Egal. Auto! Spielt... Nein, wie viel Zeit? Acht Minuten. Ich wollte grad spielen. Wie geht's mir? Can't go where. Hatt ich glaub ich auch schon mal. Ich weiß auch nicht, wer soll. Und jetzt? Und jetzt? Wie ich das erkennen kann. Ja. Wie ich das erkennen kann, ist irgendwas von... Wie klein ist das Haus? Ist irgendwas von... Von, 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 von... Von, 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 von... Bleib mal. Los, da. Ich weiß aus Natur aus, dass oben irgendwie sicherer ist. So sagt man. Also ich mein, hier ist ein kaputter Schiff. Da kommen wir her. Aus der Stadt. Das da ist irgendwas mit Leichen. Irgendwas dummartiges. Ich nehm das Geschiff. Okay, ich nehm nicht das Schiff. Denn das Schiff kenn ich schon. Warum sind wir nochmal hier? Oh, hier ist nicht noch Geister. Ich hab das Gefühl, hier waren wir schon mal. Ja. Nee. Ähm, wartet. Nein, wie war das? Ah, Memories. Nein, ähm. Tagebücher. Wie war das weiter? Danke, wie ist er dann gerade auch? Ähm. Sie haben nichts Gefährliches gesehen da. Sie haben nichts Gefährliches gesehen da. Sie haben nichts Gefährliches gesehen da. Lass mich nur aufschmeißen. Sie haben nichts Gefährliches gesehen da. Hier soll ich noch betanken. Und weiter geht's. Die Engel verwirrt mich. Ich glaub, wir sind hier sowieso schon. Ich hasse Geflüster. Ich sag dir, ich hasse Gefl... Ich sag dir, ich hasse Gefl... Sag dir, ich hasse... Haben die geflüstert? Nicht, das ist das lieber. Warum? Äh. Preuß? Das ist doch unser. Oh, was macht er sich dann? Ich wusste es. Dürften wir es bitte lesen? Nein. 17. Mai 1839. Nach dem Unvergift der Stöhne-Wall für was so wie eine Eternität Ich wusste es, dass es keine Hoffnung war. Das war das Tagebuch. Ich war traf. Ich fiel auf der Grunde. Ich schaute vor Luft, versuchte zu fokussieren. Das war, wenn ich einen feinsten, blühen Schimmer gesehen habe. Mein weckendes Körper war schwer zu tragen, aber ich durfte mich auf das entzündete Licht. Aber ich schaffte es, ne? Okay, nur so eine Beige. Es war für mich wunderschön, in der dunklen Nichtsinnung. Ich fühlte mich selbst auf das mystische Licht getroffen. Ich habe rausgekriegt, es in meinen Händen zu schließen. Ich habe rausgekriegt. Ich habe rausgekriegt. Wenn wir nicht verwirrt werden, kann nichts passiert werden. Wenn wir verwirrt werden, passiert das. Wenn wir in so einen falschen Raum kommen, werden wir machen. Denn, ja. Aber können wir nicht Preußen? Ich glaube, ich habe irgendwie... Wir sind doch Preußen, oder? Ich habe gehört. Ich meine, Deutschland war doch mal ein Teil von. Wenn ich das richtig erkenne, ist das hier Deutschland? Frankreich? Nee, Frankreich? Ja. Frankreich, was zur Hölle? Wo ist hier? Frag mich was anderes. Entweder haben wir die damals schon die Karten geschrieben, oder ich weiß auch nicht. Sollen wir nach einer Karte. So, können wir nicht. Habe ich mir gedacht. Was jetzt? Ah ja, wie geht's mir? Richtig, der Kopfschluss. Nicht. Das ist ja, wie geht's mir. Das ist ja, wie geht's mir. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. Oh, das ist doch ganz hell hier. Oh, das ist doch ganz hell hier. So, in der West. Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind. Okay, ja, es hört aus der Hölle. Hütte, Hölle, 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 Hölle. Er hätte es hier zugemacht. Ja, ich glaube, aus Sicherheitsgründen sollte ich aufhören. Äh, und Kinder unter, ähm, was machen wir denn? Unter 14 Jahren bitte abschalten. Danke. Das ist nix für euch. Geprüft von der JSK. Meiner Wenigkeit. So. Bis von hohes Großschreibungen. So, bis zum nächsten Mal. Euer John Sassers Spieltips. Ciao. Wo ist F0? Bei Let's Play Amesia. Tschüss.